ARD Text im Auftrag von Funk Nein, noch nicht. Nein, warte! Ja, warte! Leute, guck mal, jetzt habe ich meine MP wieder. Aber im Auto natürlich nicht. Wieso liegt bei dir eine Haftbombe auf dem Dach? Hab ich die gedroppt? Nein. Jetzt kannst du auch, dass ich meine ist, weil ich drüber mal gehe. Ich habe gerade B gedrückt. Was kam da an? Oh, lol! Moin! Das ist der absolute beste Rabot. Aber der hält an. LOL! lol! Boil, Mann! Welter! Time-Paste, Mann! Ich tu nix zurück. Ich war squeaky. Wahr wahrscheinlich nicht. Einer pusht ein, ich hör halt nix, weil mein Behinderter Spassen-Made-In-Team-Speed irgendeine Kacke reinlabert. Wird dir einmal reporten für so viel Frechheit. Schalke, los! Oh, ein echter Schalker. Wenn du das machst, kriegst du Schalke-Kalender. Time-Out muss kacken, Kappa. Ja, Arrush, easy. Das wird rasiert. Einfach rein in die Schmutzige, okay? Ja, rein in die Schmutzige. Taktik ist Arrush, Bruder. Der Lösch-Mais-Bastar! Feuerball-Ans-Star! Piss dich? Wie kuschel dir denn hier? Du hässlich ja ruhensohn. Gehst du mal weg. Gelost. Keiner fette Sack lockt mich halt auf. Was ist denn hier los, Mann? Bison kaufen und Flashes und Smokes B-Pushen des Jahrhunderts. Du wirst rein in die Schmutzige jetzt. Aber ganz schnell. Da kenn ich nix, komm, raus, da, raus, da! Autos aber nicht. Ja, da hat er sich abgeschossen, ja. Ah, da bin ich schon durch, Bruder. Da bin ich schon durch, Bruder. Oh, Leute, ich leide mal im Game, Leute. Sorry. Mann, ich bin zum 5. Mal voll. Mann, scheiß meine Ace. Lutsch, mein Schwanz. Sorry, deine Arterdokten sind auch schon 7, Leute. Oh, was denn Elternwirtnamesen sind? Sei mal ruhig jetzt hier. Jetzt wär ich aber gleich zur Weltsau. Nein, du 7 kills hast du leid. Ich hab Herzschmerz. Es dauert sauerweh. Komm, Alter, wir ficken jetzt Arme nach. Justen, wir haben ein Problem. Los, den Atzensauer. Im Timing, ich bin hässlich und fett. Mann, ich bin so hässlich und schwarz. Weg, diese Scheiße, mein Lebens. Bruder, muss los. Wie viel hatten ihr den gegeben? Nichts. Oh nein, sag sowas nicht. Du kriegst es auf die Fresse. Du bringst mich zum Feinen. Plus, 3, 2, 1, die Flash raus. Oh, los geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Jawoll. Bester Spieler der EU, wer ist, Mann? Bester oder so? Mitte ist easy. Mitte raus jetzt hier, Mann. Mit Dampf, mit Tal. Flasch drüber, 3, 2, 1, Sucuk, Flasch. Ja, Doppel. Ich glaube, fällt besser. Oh, bitte, ey, Party! Weich, ey! Raus jetzt hier! Hallo, raus jetzt! Warum sind wir denn alle? Raus! Oh! Wie war das so kassiert? Du hast die Ungebracht, du hast. Direkt, direkt. Meine Hoden. Fick, ey, warum? Ich bin der beste Spieler der Welt. Einer, Container, Grabelstabler da. Ei, 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 ei. Mann, der Wasserverein ist halt so stark. Video rasch, das ist ja toll. Ja, lol. Flasch, Flasch! Hab ihn! Los, jetzt raus in die schmutzige. Zeht die, hallo! Da war kein Problem für den Gott. Er gibt mir fast 5 Flasch, der Cheater! Mann, der Cheater! Der EFL an, aber ganz schnell. Ey, 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 ey! Probel jetzt hier, mach dich fort! Man, der Flasch ist Flasch, ey! Alles, werf was! Nein, was machst du? Nein! Nein! Oh! Wieso? Hilfe, 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 Hilfe! 10 AP, Whitebox. Hey, wait, 10 AP. Kim, los. Kim, hau ihm die Schwabbeltitte ins Gesicht. Schmutzige Sau. Hey! Das war Meiner! Hallo! Hattest du hier, oder was? Du Sliner. Das merk ich mir, Peter. Ah, Erwin, man guckt dir diesen Entry-Fragger an. Besser als Jesus. Ja, Mann! Wir machen das! Ja, Alter, das ist doch Biss! Wir schaffen los! Wir schaffen los! Wir schaffen los! Ich hab ihn! Lass noch eine Runde da dann, Alter. Okay. Also, mein Fußvolk, Alter. Alles irgendwie einslapp. Oder ich... Da ist doch schon wer mit seiner Drecksmucke, Alter. Das ist der gleiche? Ja, das ist der gleiche. So, aber jetzt, Alter. Jetzt wird's ganz frech. Jetzt wird's grob. GET RIGHT! Ja, das ist nicht meine Runde hier, sorry. Bin ich wirklich... Ja. Denkst du, das ist meine? Ja, bei dir war die letzte Runde auch nicht eine Runde. Okay. Oh, shit. Mann! Ich fake A, ich renne einfach drauf mit nem Messer, wenn Elius ist. Mann! Was hast du? Die brauchen dich. Einfach nicht aufgeben. Ich hab auch letzte Runde nicht aufgegeben. Komm jetzt, du Hurensohn. P90 legt am Spawn für dich extra. Oh, ich werd' dich so fressen, Kappa. Und hier, du Suchugnase. Mann! Lass mir ein Headset! Hallo! Hallo! Was hat mein Kopf? Weg weg! Alles deutsch! Ich sterbe, zieht doch mal rum, ihr hetzlichen! Komm, nimm die Bombe los! Der steht in Sandwich und kaut sich die Nudel ab. Das hör' ich ja auch wissen, Spieler. Beide Connector. Äh, Connector. Zieh rum! Zieh rum! Zieh rum! Zieh doch rum! Zieh doch rum! Zieh rum! Zieh rum! Zieh rum! Zieh rum! Zieh rum! Zieh doch rum! Alter, ihr standet einfach zu dritt in Sandwich. Und lasst mich eiskalt da verrecken, weil wir alle drei... Zieh doch rum! Ich bin als einziges raus, alle anderen drei gucken mir zu, wie ich sterbe und hol ihn dann. Soll ich, eh, Wichser. Mann, ich will ein bisschen zweistellig hier rausgehen, komm! Äh! Negativ! Guckt euch den, diesen Opening Kill an, okay! Was ist denn das hier für eine Smoke schon wieder? Mann, Scheiße! Ha, 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 ha! Oh! Können wir einen Timehaut machen, bitte? Nein, 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 der will mich kicken! Stimmt, gar nicht Timehaut, Mann! Mann! Ich wirf's! Voll los! Ich muss kacke hin! Hinter mir, hinter mir! Zieh doch rum, Mann! Zieh rum! Zieh doch rum, da rum! Zieh! Das ist verboten! Das ist verboten! Das ist verboten! Ja, was dachte ich auf der Flick? Defusing! Mann, bitte! Man, zieh doch rum! Mann, ich fresse ein! Ich will nichts! Ha, 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 ha! Er hat so rumgezogen, ich hätte noch nicht reingestiegen! Ich hab nicht einen! Scheiße! Erkennung! Ich hätte kacke gehört, Alter! Zieh doch rum! ich trink gerade mein rum da lag doch eine akk hinter dir, bist du behindert? nein ich bin niki ich erzähl dir dir nicht easy, guck dir, du bist jetzt ein öfters ich hab noch ein zweifel AHHHHH NICHT BEI MIR DE HURRE shhhhhh 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 MAG DE HURRE HALT DO MIR FLAURRE komm raus, sag aus, da kommt mal nix nach raus, sag gleich los, sag das hinterm Schwellers nam seiler hitha Der zerreckta nein, kurz noch einer kriegt mal einer, äh, den... den Chinesen chingwangangwang chingvang, chinesen, 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 kopp und kopp chinesen, kopp und kopp das scherber aus kobi oh, da is ja a party geh mit meinem penis abgeschneiden hilfe nee so kurz, dass man nachdenkt HULF HIM ANMAL VON EINEM TEAM ich bekomme von ihm eins nach zehn Schaden Hilfe, Hilfe. Zieht doch rum hinter mir! Zieh rum! Zieht doch rum! Zieht doch rum! Zieht doch rum! Zieht doch rum, ZHB bitte! Ich hab meinen Schwanz, ne? Zieht doch! Zieht doch! Zieht doch die Fresse! Nate, 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 Nate! Zieht doch rum, Bruder! Ja, das ist ein bisschen krass. Du hast so Glück gehabt. Halt den Teamhase! Ja, aber das kann man anders rum, finde ich. Ja, aber er zieht halt nicht einmal rum, Alter. Zieht lieber um nach Afghanistan. Was sind das für Menschen? Sabes que me viene a Madrid? No, quien? Mi amigo Alberto. El Chileno? Si, me escribió un e-mail y dice que llega el sábado de Chile. Viene solo. Si, viene solo y dice que va a quedarse en Madrid un mes. Y ya tienes planes para hacer con él? Si, claro. Es la primera vez que viene a España. En su correo me dice que también quiere conocer Sevilla y Granada. Yo voy a tomarme una semana de vacaciones para ir con él a Andalucía. Dice que también quiere ir hasta Málaga porque quiere ir a la playa. En Chile ahora es invierno. Bete en Chile, York. Dejes que valen todos. No. No. Vielen Dank.